Das Unternehmen ist so, dass wir nach wie vor im Mineralwasserbereich, aber auch bei der Limonade einen Mehrweganteil haben, der über dem Pauschenschnitt liegt und der sehr konstant bleibt und im heurigen Jahr, natürlich auch getrieben durch die Witterung, der absolute Absatz von diesen Mehrwegartikeln auch wieder gestiegen ist. In Relation dürfte es wahrscheinlich bis Ende des Jahres relativ gleich bleiben, dieser Mehrweganteil, aber das ist nach wie vor für uns sehr wichtig und wir sehen, dass es eine Kundenschicht gibt, die das ganz bewusst auch nachfragt, sicher durch einen starken Idealismus getrieben, weil nicht der Preis bereinigt, es ist ein bisschen teurer, es ist nicht so convenient wie eine Fettflasche, das ist auch klar, aber wir bedienen auch bevor eine Konsumentenschicht, die das auch schätzt.